So, ich habe jetzt ein bisschen gefordert, 183,5 Kilo in die Lage. Wahrscheinlich ein Weltreportversuch oder ein Schweizer Report. 183,5 Kilo in die Lage. Der Ingo gibt es ein Rätsel auch. So, was ist denn das für ein besonderes Gewicht? Ist das ein spezieller Rekord? Europa-Report und inoffizieller Weltreport. Na dann, ein gutes Gelingen in seiner Alters- und Gewichtsklasse. So, auf geht's, fünf. Auf! Ja, leicht. Da geht es ja nicht mehr. Es scheint sich zu tun. Vielen Dank.